Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich endlich mein Päckchen bekommen, was ich schon lange erwartet habe. Und zwar habe ich bei Facebook ein Gewinnspiel mitgemacht von Mesma. Da konnte man sich Teesorten zusammenstellen und zwar aus fünf verschiedenen Ländern konnte man sich so Beutelschen zum Probieren aussuchen. Und ja, heute ist das Päckchen endlich gekommen. Ich zeige euch das mal. Und haben sie natürlich so ein schönes Kärtchen reingepackt. Lieber Mesma-Fan, wir freuen uns ja über deine Teilnahme an dem Mesma-Gewinnspiel auf Facebook und senden dir beiliegend deinen tollen Gewinn. Wir wünschen dir schöne Mesma-Genauungsmomente, dein Mesma-Facebook-Team. So sieht das aus. Und so sieht das Teil aus, wo die Beutel drin sind. Ich habe mir das Beutel schon angeguckt. Jetzt sage ich euch mal, was für Sorten da drin sind. Also es sind immer zwei Beutelchen von jedem drin. Und zwar, was da drin ist, aus Catalonia. Orange, Zitrone, Traube. Erfrischend fruchtig. Da sind 2,5 Gramm drin. Dann Obambo, Räubusch und Vanille, Lieblich und Mild. Dann Masier, Minze, Honig, frisch und süß. Ammon, Granatapfel und Honig, vollmundig süß. Und als letztes habe ich noch Beiraum, Apfel, Feige, Dattel, fruchtig süß. Da werde ich mir nachher gleich erstmal einen machen und sehe, wie es schmeckt. Falls ihr Interesse habt, mache ich dann gerne ein Video dazu, wie es mir geschmeckt hat. Sagen wir es mal so. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Dann mache ich das natürlich gerne. Und dann bedanke ich mich nochmal recht herzlich bei dem Messmal-Team. Und ja, habe mich sehr gefreut darüber. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.